Es gibt ein ziemliches Problem, wenn du Bankberatern bei der Geldanlage einfach vertraust. Egal, ob du fürs Alltag vorsorgen oder einfach ganz allgemein Vermögen aufbauen willst, du kannst dir so gut wie sicher sein, dass dir die Beratung eher schaden als helfen wird. So ganz unbedarft würde man ja meinen, dass man von einer Bank die besten Infos bekommen sollte, wenn es um das Thema Geldanlage geht, weil immerhin ist es ja eine Kernaufgabe von Banken, Geld anzulegen. Wo liegt also das Problem? Naja, es ist so. Wendest du dich mit deinem Wunsch nach einer ordentlichen Geldanlage an deine Bank, dann wird dir so mit 99%iger Wahrscheinlichkeit ein sogenannter aktiv gemanagter Investment vorverkauft. Was ist das? Fangen wir mal ganz von vorne an. Fonds kannst du dir wie große Töpfe vorstellen, in die zum Beispiel ganz viele Aktien reingeworfen werden. Und diese Töpfe, die kannst du dir kaufen. Somit entfällt für dich dann das eigenständige Auswählen von einzelnen Wertpapieren und du streust ganz automatisch über ganz viele verschiedene Firmen. Das ist jetzt erstmal eine super Sache, da man mit einem einzigen Produkt quasi in ganz viele verschiedene Wertpapiere investieren kann. Okay, was bedeutet dann das Aktiv? Aktive Fonds haben ein Management, das wiederum aktiv auswählt, welche Aktien eben in diesen Topf kommen. Und das Fondsmanagement, das versucht dabei, den Markt zu schlagen. Es will also mehr Rendite erwirtschaften als der Durchschnitt der Firmen in diesem Markt. Nehmen wir mal ein Beispiel. So ein aktiv gemanagter Fonds mit deutschen Aktien, der würde nicht einfach nur die Unternehmen aus dem DAX in den Topf werfen, sondern selbst entscheiden, welche Unternehmen die besten sind oder beziehungsweise sein werden. Und das funktioniert so. Anhand von all seinem Wissen über einzelne Unternehmen, über den Kapitalmarkt, über Trends und so weiter, überlegt dieser Fondsmanager, welche Aktien sich künftig positiv entwickeln werden. Dabei spielt aber auch das Timing eine große Rolle, denn der Fondsmanager, der muss ja quasi dem Markt voraus sein und diese richtigen Aktien rauspicken, bevor die einen Wert gewinnen. Nun gibt es zwei Probleme mit solchen aktiven Fonds. Zum einen kosten die richtig viel Geld. Das Fondsmanagement wird nämlich fürstlich entlohnt und die Bank zwackt sich ebenfalls ihre Anteile für die Vermittlung ab. Das wäre ja auch alles gar nicht so schlimm, wenn der Fonds die Kosten durch Überrenditen wieder reinholen würde. Aber das Gegenteil ist der Fall. Also zahlreiche Studien der letzten 50 Jahre haben belegt, dass es langfristig gar nicht möglich ist, den Markt zu schlagen, also quasi die Gewinneraktien auszuwählen, die sich besser als der Durchschnitt entwickeln werden. Und zwar auch nicht für die Profis wie Fondsmanager. In einer der jüngsten Studien wurde zum Beispiel belegt, dass nur 1,4 Prozent der professionellen Fondsmanager über einen Zeitraum von 10 Jahren in der Lage waren, eine bessere Rendite als der Durchschnitt aller Unternehmen in diesem vergleichbaren Segment zu erzielen. In diesem Fall bezog sich das sogar auf den weltweiten Markt. Außerdem ist es unmöglich, im Vorfeld genau diesen einen Fondsmanager zu finden, der wirklich ein goldenes Händchen hat. Denn die paar Fonds, die besser performen als der Durchschnitt, die wechseln auch noch jedes Jahr. Es ist sogar unwahrscheinlich, dass ein heutiger Gewinnerfonds den Markt nächstes Jahr widerschlägt. Also auch hier schauen wir wieder auf eine Studie. Von den 25 Prozent der besten aktiv gemenschten Fonds waren zwei Jahre später noch nicht mal vier Prozent weiterhin unter den Top-Performern. Und nach fünf Jahren nur noch ein Prozent in diesem Segment. Also ganz ehrlich, da hat man beim Pferderin bessere Chancen. Es gibt einfach keinen gescheiten Grund, sich aktiv gemenschte Fonds auszusuchen, außer man pokert super gerne oder hat Mitleid mit seiner Bank und möchte ihr gerne zu mehr Einkommen verhelfen, anstelle sich selbst. Das bedeutet jetzt aber auch nicht auf der anderen Seite, dass Aktienfonds eine schlechte Sache sind. Sondern dass es einfach nur deutlich mehr Sinn macht, diese erfolgreichere Fondsvariante zu wählen, die sich auch über viele Jahrzehnte hinweg bewährt hat. Und das sind die sogenannten Indexfonds. Vielleicht hast du schon mal die Abkürzung ETF gehört. ETF steht für Exchange Traded Fund und bedeutet an der Börse gehandelter Fonds. Um bei dem Bild zu bleiben von vorhin, also in diesem Topf, da landen beim ETF die Unternehmen, die Bestandteil eines Index sind. Naja, und so ein Index wiederum, der bildet einen Markt ab. Wir hatten es ja eben schon vom DAX, dem Deutschen Aktienindex. Und der DAX, der beinhaltet die 40 größten Unternehmen Deutschlands. Wenn man nun ein ETF auf den DAX anschaut, dann stecken da Aktien von diesen 40 Firmen drin. Und das ist auch schon alles. Naja, solche Indizes wie den DAX eben, die gibt es wie Sand am Meer. Also es gibt globale Indizes, aber auch Länderindizes. Es gibt Indizes auf Branchen, auf Sektoren, auf andere Wertpapiere, whatever. Wenn man nun als Anleger auf einen großen Index setzt, dann muss sich auch niemand überlegen, welche Unternehmen gut oder schlecht performen werden. Sondern man kann blind darauf vertrauen, dass man immer die Best of im Topf hat. Und auch hier empfiehlt es sich, richtig groß zu denken. Also mit globalen ETFs ist man in den bedeutendsten Teil der Weltwirtschaft investiert. Der MSCI All Country World Index zum Beispiel beinhaltet fast 3000 einzelne Aktien. Wie bereits deutlich geworden sein sollte, ist man mit so einem ETF den aktiv gemenschen Fonds weit voraus. Wissenschaftliche Studien von renommierten Forschern, die belegen, dass aktive Fonds langfristig dramatisch unter dem Durchschnitt der Wirtschaftsentwicklung blieben, die gibt es zuhauf. Bei so einem vernichtenden Ergebnis, da sollte man ja meinen, dass Leute vermehrt auf passive Fonds setzen. Dem ist aber gar nicht so. In erster Linie besitzen Anleger aktive Fonds, weil die einem von Banken und Co. verkauft werden. Und das ist auch ganz logisch, denn die Banken verdienen viel mehr an dir, wenn du einen aktiven Fonds kaufst, als bei einem passiven ETF. Deswegen werden aktiv gemenschte Produkte natürlich viel stärker vertrieben. So fließen die Marketinggelder fast ausschließlich in aktive Produkte. Na super. Was bedeutet das denn nun konkret mit Blick auf die Kosten für uns Anleger? Also während bei ETFs etwa 0,05 bis 0,2 Prozent an laufenden Kosten einfallen, liegen diese bei aktiv gemenschten Fonds bei 1,85 Prozent durchschnittlich. Hinzu kommen bei Letzteren meist noch Ausgabeaufschläge von etwa 4 bis 6 Prozent. Ja, auf den ersten Blick denkt man wahrscheinlich, ach komm, ob ich jetzt 0,1 oder 1,8 Prozent zahle, das macht doch wirklich keinen Unterschied. Aber die Realität, die sieht anders aus. Nehmen wir mal ein ganz kleines Rechenbeispiel. Angenommen, du investierst im Monat 200 Euro über 35 Jahre und rechnest mit einer sehr moderatenden Rendite von 5 Prozent. Trotz gleicher Sparrate und gleicher angenommenen Rendite hat man mit dem ETF nach 35 Jahren 217.000 Euro auf dem Konto, mit dem aktiven Fonds hingegen nur 143.000. Somit ergibt sich am Ende der Ansparzeit mit der Anlage in den ETF ein über 70.000 Euro größeres Vermögen. Nur wegen der scheinbar leicht höheren Verwaltungskosten. Viele aktive Fonds haben außerdem noch zusätzlich eine erfolgsbezogene Vergütung. Das bedeutet, performt der Fonds dann wenigstens besonders gut, dann zwackt sich das Management noch mehr von der Rendite ab. Gut, also schlechtere Performance, höhere Kosten. Gibt es wenigstens irgendeinen Vorteil mit Blick auf das Thema Risiko, wenn man auf seinem Bankberater hört? Fehlanzeige. Durch die viel breitere Streuung mit ETFs reduziert man das Risiko auch enorm. Denn gerät z.B. eine Region oder eine einzelne Branche in Schieflage, dann ist das viel weniger problematisch, wenn man möglichst breit aufgestellt ist und andere Bereiche quasi die schlechten ausgleichen können. Aktive Fonds enthalten hingegen meist deutlich weniger Aktien als ETFs und dadurch trägt man dann schnell, eigentlich total ungewollt, Branchen- oder Länderrisiken. Die Sache ist die, es gibt keine Rendite ohne Risiko. Je höher die Renditechancen sind, desto höher ist das Risiko, Verluste einzufahren. Mit einer Ausnahme. Diversifikation ist die einzige Möglichkeit, dein Risiko zu minimieren, ohne dabei auch deine Renditechancen einzudämmen. Das nennt sich Free Lunch. Übrigens, Risiko minimieren, das bedeutet bei einer vernünftigen Geldanlage mit global gestreuten ETFs auch, dass du Schwankungen einfach aushalten kannst. Denn solange du mindestens 10 bis 15 Jahre vor Rentenbeginn loslegst, dann sind diese Schwankungen mit Blick auf historische Daten gar kein Problem. Ja, investieren sollte echt kein Glücksspiel sein. Also lass lieber etwas kluge Demut walten und finde dich damit ab, dass wir alle nicht wissen, wie sich die Märkte entwickeln werden. Dein Bankberater, der wird sicherlich irgendwelche hanebüchenen Gründe finden, warum sein aktiv gemanagter Fonds auf jeden Fall den Index schlagen wird. Auch wenn es dafür keine Fakten gibt und du langfristig durch hohe Kosten und schlechte Renditen viel Geld verlieren wirst. Wenn du weitere Fehler bei der Geldanlage bzw. Altersvorsorge entdecken willst, dann lad dir unseren kostenlosen PDF-Fahrplan runter. Den Link dazu findest du in der Beschreibung.